Herzlich willkommen zum Presse-Talk in der Adjiko-Pressebox. Heute am Freitag, den 18.10. zur Partie der Löwen Frankfurt gegen die Bietigheim-Stilas. Endergebnis 6 zu 1 für die Löwen Frankfurt vor 4.209 Zuschauern. Spieler des Spiels präsentiert von Weingut meine Freiheit. Bei unseren Gästen aus Bietigheim die Nummer 97 Frederik Cabana und bei den Löwen die Nummer 7, Steven Dillill. Unser Gast aus Bietigheim, Head Coach Hugo Boawea. Herzlich willkommen. Und natürlich auch den Head Coach der Löwen Frankfurt, Mati Thielikheim. Der Gast hat das erste Wort. Ihr Statement bitte. Ja, guten Abend zusammen. Glückwunsch an Mati und seine Mannschaft. Ja, für uns heute war kein cleveres Spiel. Wir haben die ersten drei Tore Anfahr gegeben. Schleckentscheidung, Mitscheibe und eine gute Mannschaft wie Frankfurt. Du wirst den Preis bezahlen. Viel Chance haben wir gehabt. Ja, klar. Aber wir waren nicht effektiv genug in der Offensivzone. Und die Löwen hat einfach die Chance gehabt, benutzt. Das war einfach so in meinen Augen. Meine Jungs haben trotzdem gekampft, alles gegeben. Und du hast gesehen im dritten wir waren tot, wir waren müde. Und so ist es, wenn du einen kleinen Kader hast. Es wird nicht einfacher für uns. Wir müssen weiter kämpfen und weiter zusammenbleiben. Dankeschön. Marie, es ist dein Turn. Dankeschön, guten Abend. Ich denke, es war eine top-performance für unsere Team. Ich denke, wir haben viel Spaß heute Abend. Das war was was wir in der letzten Woche, für sicher. Und jetzt haben wir es. Und dann wir spielen schnell, wir arbeiten hart. Und das war's, das war's, das war's eine top-game. Und dann ist es, die Strukturen ist, wenn du diese drei Dinge vorst. Das war sehr wichtig. Und ja, wir haben viele Penalte, die nicht so nah an, dass wir es gewonnen haben. Aber wir haben es heute Abend gewonnen. Und das ist ein großer Kredit für unser PK. Und Maizy, Maizy kam zurück. Das war sehr wichtig. Er ist ein wichtiger Spieler für uns in dieser Rolle. Und er hat es gezeigt, dass wir nach acht Wochen haben. So, gut zu haben ihn zurück. Und wie ich gesagt habe, eine top-performance als Team. Und jetzt, ja, wir nehmen die gute Dinge und gehen weiter. Dankeschön. Danke. Ich übersetze kurz. Er hat gemeint, sie haben heute eine sehr gute Vorstellung gezeigt. Haben viel Druck gemacht. Haben schnell und hart vor allem auch gespielt. Und wenn das eben alles dann funktioniert, dann läuft der Rest dann von alleine. Haben zudem ein gutes Unterzahlspiel heute gezeigt. Und es ist wichtig, dass Dominik Meisinger wieder zurück ist nach langer Verletzungspause. Und sie wollen jetzt die guten Dinge aus diesem Spiel mitnehmen und in die nächsten Spiele dann übertragen. Herr Bauer, war vielleicht diese ganzen ungenutzten Powerplay-Situationen so ein bisschen der Knackpunkt? Ja, wir haben eine Chance, zurück ins Spiel zu kommen, in Überzahl. Leider, Tim Schüle hat weggegangen mit einer Verletzung. Und wenn du einen Überzahlspieler wie ihn hast, ist der Quarterback auf die Überzahl. Das ist nicht einfach. Denn Spieler sind da. Sie haben niemals geübt, die Übezahl und so weiter. Und das hat uns sehr wehgetan. Dankeschön. Mati, war das die beste Performance diese Saison, nachdem du geblieben bist oder nichts? Ja, ich denke so. Natürlich in den Spielen. Du spielst gegen Top-Teams, also es ist ein starkes Spiel, natürlich. Aber wie ich sagte, es war eine Top-Performance auf diesen Passions-Thingen. Ich denke, das war das die höchste in dieser Saison, für sicher. Und dann diese Passions-Tage bringt uns hartes Arbeit, hartes Skate. Und natürlich können wir viel schneller spielen. Aber ja, es war einer der Top-Teams. Und wenn du gegen Top-Teams spielst, ist das okay, das Spiel ist nicht genug. Du musst deinen Top-Teams spielen. Und das war das, was wir heute spielen konnten. Deswegen bin ich froh. Danke. Ich hatte ihn gefragt, ob es denn, seiner Meinung nach, die beste Performance war, nach dem Rückstand vom 1-0. Und er meinte, ja, es gehört auf jeden Fall zu einer der besten Vorstellungen dieser Saison. Und hat er ihm gemeint, sie haben gut gearbeitet, schnell und hart gespielt. Und darauf lässt sich eben aufbauen. Und damit ist er auch zufrieden. How did you see Meisinger tonight? Ja, like I said, I think he bring us a lot. He made our team better, for sure. He's a good, both ways, playing center. And this kind of performance after eight weeks to being out, it was, it was awesome to see that. He played a lot. We had only three, three line like Piedingham, so that was top. And like I said, it's important to get that kind of center, who can defense good. He's very good in the short-handed, so he bring to values for the team when you play really play for the win. And that's why it was important to get Meisinger back. Thank you. I asked him to ask, how he today Dominic Meisinger saw. And he said, he made that team better. Because he played as a team as a team. And he also in the under- and over- and in the under- and in the under- and in the under- and in the in the very important job. And after eight weeks he said, it was a great idea of him. And it is just important to have him back. If there are any questions, please please. The question is, if Tim Schüle for the 60 minutes of your team, how did he started in the first season? The question is, if Tim Schüle was the fehlende Puzzletail and why couldn't the performance by 60 minutes be called? Yes, he is a very important player for us. And especially for the total amount of you see, the Puzzletail was not in the form. That is not a problem. If you have a failure for a player and you have time to practice and so on, that is different. But in the middle of a game, a player like him to lose, is not easy. Thank you. Weitere questions? No? Then the other end-er- and Kaufbeuren-Lausitz 1-3. Landshut Grimicau is a penalty 4-4. Kassel gegen Bayreuth 3-2. Freiburg Tölz 5-3 der Endstand. Halbronn Dresden 2-2. Ravensburg Bad Nauheim 2-3. Das nächste Training ist morgen, der 19.10. um 13.15 Uhr. Das nächste Spiel ist am kommenden Sonntag, 20.10. um 17 Uhr in Grimicau. Und das nächste Heimspiel ist am kommenden Freitag, 25.10. um 19.30 Uhr hier zum Hessen Derby gegen Kassel. Unser Gast gute Heimfahrten, alles Gute für die nächsten Spiele und Ihnen allen einen schönen Abend und schönes Wochenende.